Heute muss ein Dreier her. Und was für ein Tor! Das war schräflich, ihn da zum Schuss kommen zu lassen. Prompt haben sie die Quittung. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Hammer, den er da ausbaut. Uiuiuiui! Uiuiuiui! Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Hat er richtig gut mitgespielt, das nennt man dann wohl modernen Fußball. Das knitzelt er ab! Sensationell! Sie schaffen doch noch den Ausgleich! Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber mit diesem Tor hatte nun wirklich keiner gedacht. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Er hat ihn abgewährt, aber nicht festgehalten. Und jetzt haben sie es! Der Tor! Dieses Tor könnte Gold wert sein. Denn bei einem Unentschieden sind sie schließlich schon aufgestiegen. Hut ab vor ihrer Einstellung. Das ist schon klasse. Ja, da kann der Kipper nicht festhalten. Und wo fällt die Kurbel hin? Genau vor die... Unglaubliches Tor! Ein unglaubliches Tor! Da ist er volles Risiko gegangen und wurde belohnt. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Hammer, den er da auspackt! Uiuiuiuiuiui! Lewandowski! Und der ist drin! Da musst du technisch was drauf haben, wenn du sowas hinkriegst, dass du immer nicht mal mit den Fingerspitzen wirst. Ein sensationeller Lupfer, da hüpft das Herz! So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten.